Im Garten des Museum of Modern Art in New York City Die Luft war voller Vorfreude, als sich die Glitzerwelt von New York City zur jährlichen MoMA-Party im Garten des Museum of Modern Art versammelte. Alle Augen waren auf den roten Teppich gerichtet und warteten mit angehaltenem Atem darauf, einen Blick auf die VIP-Gäste des Abends zu erhaschen. Doch die Menge ahnte nicht, dass sich hinter den Kulissen ein Drama abspülen würde, das Schockwellen durch die Kunstwelt senden würde. Als sich das Huishu der Elite der Stadt unter die Leute mischte und Champagner nippte, tauchte ein bekanntes Gesicht aus der Menge auf. Gull King, die bekannte Fernsehpersönlichkeit und enge Vertraute des Medienmoguls Oprah Winfrey, schritt selbstbewusst auf den Eingang zu. Kings Anwesenheit allein reichte aus, um alle Blicke auf sich zu ziehen, aber es war sein nächster Schachzug, der die versammelten Gäste wirklich verblüffte. Als King Meghan, Herzogin von Sussex, auf dem Thron entdeckte, lief er schnurstracks auf die ehemalige Königin zu. Ihr Gesichtsausdruck war eine Mischung aus Entschlossenheit und kaum verholener Verärgerung. Meghan, Liebling, schnurrte sie, ihre Stimme triefte vor gespülter Süße. Ich hoffe wirklich, dass du die Party genießt, aber ich fürchte, ich muss dich bitten, beiseite zu treten. Wir haben einen ganz besonderen Gast bei uns, und ich muss einfach sicherstellen, dass sie die VIP-Behandlung erhalten, die sie verdienen. Meghan, überrascht von Kings dreister Bitte, stammelte eine Antwort und ihre Augen weiteten sich vor Überraschung. Aber geil, ich war eingeladen. Bestimmt ist noch Platz für uns beide, flehte sie mit unsicherer Stimme. King hatte jedoch nichts davon. Meine Liebe, das ist meine Veranstaltung, erklärte sie mit einer abfälligen Handbewegung, und ich fürchte, ich kann nicht zulassen, dass sie unserem geschätzten Gastes Rampenlicht stehlen. Wenn sie mich jetzt entschuldigen würden, ich ich muss mich um einige wichtige Angelegenheiten kümmern. Damit fegte King an Meghan vorbei und ließ die ehemalige Schauspielerin hinter sich stehen. Ihr Gesicht war eine Maske aus Verwirrung und kaum verholenem Groll. Das Flüstern und Gemurmel der versammelten Gäste verstärkte nur die spürbare Spannung in der Luft. Im weiteren Verlauf des Abends blieb die Identität des VIP-Gastes ein streng gehütetes Geheimnis, wobei Gile King als Pförtnen fungierte und ausgewählte Personen in einen privaten Bereich des Museums führte, von ab der neugierigen Blicke der allgemeinen Besucher. Die Exklusivität steigerte nur die Neugier und die Spekulationen der Gäste, die verzweifelt versuchten, die Identität dieser mysteriösen Figur herauszufinden. Party schließlich ihren Höhepunkt erreichte, wurde der Vorhang gelüftet und die Identität des VIP-Gasts enthüllt. Zum Schock und der Ehrfurcht der versammelten Menge trat niemand Geringeres als die ehemalige First Lady Michelle Obama selbst ins Rampenlicht, ihr strahlendes Lächeln und ihre majestätische Haltung erregten die Aufmerksamkeit aller im Raum. Die Menge brach in tosenden Applaus aus und selbst Meghan konnte trotz ihrer früheren Enttäuschung nicht anders, als mitzufeiern. Gile King strahlte vor Stolz und sonnte sich in Glanz des Augenblicks, denn ihr Machtspiel hatte sich auf spektakuläre Weise ausgezahlt. Als die Nacht näher rückte und sich die Gäste trennten, gingen die Gerüchte und Spekulationen weiter. Hatte Gile King Meghan Markle absichtlich brüskiert, um sicherzustellen, dass Michelle Obamas Auftritt im Mittelpunkt des Abends stand? War dies ein kalkulierter Schachzug, um ihren eigenen Einfluss und ihre Bedeutung in den sozialen Kreisen der New Yorker Elite zu behaupten? Was auch immer die Wahrheit sein mag, eines war sicher, die MoMA-Party im Garten 2024 würde als eine Nacht voller Dramatik, unerwarteter Wendungen und der anhaltenden Macht von Berühmtheit und Einfluss in die Geschichte eingehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017